Herzlich Willkommen zurück auf Fluss Metal World und heute schauen wir uns Infected Rain, die neue Scheibe an. Keine Ahnung wie das heißt. Schauen wir mal. Es heißt Fighter. Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr groß in Flames. Infected Rain Fans. Oder? Ja. Ich hoffe, es wird genauso gut wie die Serie. Schauen wir rein, schauen wir rein, was der Song so zu pieten hat. Ein sehr epischer Anfang. Bisschen machen die Regen. Das ist auch gut. Ja, wo ist das alles befestigt? In Wirklichkeit. Also da ist da kein Knoten passiert. Stimmt, in Wirklichkeit sind da so 15 Leute, die was immer bei den Seilen zu ziehen ist. Ja, überall Menschen, die mit den Seilen werken. Da haben sich seine Threads mit den Seilen verknoten. Das halbe Musikvideo besteht einfach aus dem, dass sie sich umzieht. Ja. Die riecht nicht so gut. Ja. Wie ist die Schockzi ohne zu haben? Wahrscheinlich. Nein, Haare. Haare doch. Ja. 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 Spiegel putzen. Ja. 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 Hm. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Teil, der perfektioniert den Song jetzt noch ein bisschen, weil ich war nicht so überzeugt am Anfang. You are a winner A fight machine A killer Vulture Vulture Fighter 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 So, jetzt nach... Oh, der Song ist schon vorbei Also da ist wirklich den ganzen Song lang umgezogen und vorbereitet Wie fandest du den Song? Der... Irgendwie... Ruhige... Am Anfang hat es mir jetzt nicht mehr Zeit Es überzeugt mich generell nicht so wirklich Vielleicht muss ich es noch ein paar mal hören Aber irgendwie... Ein Klassiker Das erste Mal gefällt dir nie, also. Nein, mir gefällt schon viel beim ersten Mal. Das ist irgendwie nicht so. Wie seht ihr das eigentlich? Schreib's mir gerne in den Kommentar rein, wie fandet ihr den neuen Song. Also wir beide sind so mittelmäßig überzeugt. Okay, du bist da auf dem Kappen mit deinen Fuhren. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao und stay heavy!